Alles auf dieser Welt, alle Lebewesen unterliegen der Evolution, alles entwickelt sich irgendwie weiter und da ist nichts perfekt. Perfektionismus bedeutet Stagnation und das gibt es in der Natur nicht. Startup Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge, einer Solo-Folge. Und du erwischst mich gerade in einem richtig guten Moment, beziehungsweise erwische ich mich wahrscheinlich gerade selber in einem sehr guten Moment, um diese Folge aufzunehmen, weil ich total in diesem Zauber des Neuanfangs Vibe bin, wahrscheinlich auch durch viele meiner Coaches, Mentorinnen und Mentoren und durch den Vibe des Neuanfangs, weil wir jetzt gerade die Startup Class 2021 vorbereiten und mir ist bewusst geworden, wenn ich mich so in das alte Ich hineinversetze oder zurückversetze, ich vor ein paar Jahren, wenn ich überlege, was hat mich denn damals so aufgehalten und so abgehalten, davon wirklich das Ding jetzt auf die Straße zu bringen. Und das war einfach dieser räudige Perfektionismus, der dich wahrscheinlich auch schon mal heimgesucht hat. Und bei uns ist das ja wirklich auch in der Startup Class unser größtes Herzensanliegen, Menschen dazu zu bringen, ihre Träume zu verfolgen, ihr Business auf die Straße zu bringen, Umsätze zu generieren, Produktdienstleistungen zu kreieren, die den Menschen dann aus den Händen gerissen werden. Und das ist nur möglich, wenn du mal guckst, Punkt A ist die Geschäftsidee im Kopf, die Unternehmerflamme, die brennt. Und Punkt B ist wirklich das Geschäftsmodell, eine Brand, erste Kunden und Umsätze und eine Basis für ein langfristig erfolgreiches Business. Was kannst du tun, um von A nach B zu kommen? Das ist einfach einen Plan zu haben. Und jemand, der dir wirklich mal sagt, du lässt jetzt den Perfektionismus los, du gehst raus, du setzt jetzt um und wir nutzen da eben Startup-Methoden zu. Und deswegen bin ich auch so ein riesengroßer Fan von der Startup Class, die Roadmap, die wirklich von A nach B führt. Und muss wirklich sagen, dass auch diese Folge mir hier sehr am Herzen liegt, die den Namen trägt. Perfektionismus ade. Diese Folge löst dein Perfektionismus-Problem. Wir sind wirklich schon, ja, tatsächlich so ein bisschen in dieser Perfektionismus-Falle. Warum? Weil wir ganz, ganz viel Angst haben, davor nicht perfekt zu sein. Und darum soll es halt gehen. Ich möchte dir einfach mal kurz den Kopf waschen, warum du nicht perfekt sein musst, warum du es auch gar nicht kannst. Das geht nämlich gar nicht. Und was du tun kannst, um jetzt endlich loszugehen. Was du natürlich tun kannst, ist, dich für die Startup Class zu bewerben. Wir haben noch zwei freie Plätze. Wir sind eine ganz kleine Gruppe. Wir gucken da, meine Startup-Coaches und ich, wir gucken da wirklich ganz klar auf eure Schritte, dass du wirklich den Mehrwert hast, den wir uns vorgestellt haben. Und das ist eben der Mehrwert, das Fundament für ein erfolgreiches Business zu legen, erste Kunden schon zu haben und ein tragfähiges Geschäftsmodell. Also, das kannst du tun, wenn du sagst, hey, alleine ich komme aus dieser Perfektionismus-Trap, dieser Perfektionismus-Falle einfach nicht raus und möchte aber so gerne und denke schon so lange drüber nach, ja, dann warte nicht länger, dann bewirb dich jetzt. Das ist nämlich wichtig. Wir haben jetzt schon wieder fast zwei Monate, also zwei von zwölf sind schon wieder fast rum. Und wenn du mal überlegst, hey, du hattest dir Vorsätze gemacht, hast du vielleicht gesagt, hey, dieses Jahr starte ich endlich durch. Wie weit bist du gekommen? Und jetzt überleg mal, welchen Anteil hat dein Perfektionismus daran? Lass uns dabei, lass uns oder lass mich und oder uns dir dabei helfen, da rauszukommen. Und diese Folge wird auf jeden Fall ein Anfangsschritt sein, ein erster Schritt in Richtung, ich gehe raus, ohne mich perfekt zu fühlen, ohne dass mein Produkt, meine Dienstleistung perfekt ist. Ich erzähle ja immer wieder über die Startup-Methoden und was sich da im Laufe der Zeit in der wirtschaftlichen Entwicklung so getan hat, dass ganz früher Unternehmen im stillen Kämmerlein lange an ihren Produkten Dienstleistungen gearbeitet haben und erst rausgegangen sind, als alles scheinbar perfekt war. Was ist aber bei uns, bei kleineren Business-Startern, ja, also ich sage mal so, bei Apple wird das sehr wahrscheinlich immer noch gemacht, weil eine riesen Rufschädigung die Folge sein könnte, ja, und da auch wirklich klar ist, dass das Produkt schon so etabliert ist oder die Brand so etabliert ist, dass da höchste Qualität erwartet wird. Für uns so als Business-Starter, ja, oder für euch da draußen als Business-Starter, macht das keinen Sinn, lange im stillen Kämmerlein zu perfektionieren. Warum? Weil du ganz, ganz viel Zeit verlierst, weil du ganz, ganz viel Geld verlierst. Ja, und deswegen ist es wichtig, irgendwann mal zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus. Ich habe das auch getan und ich muss auch sagen, manchmal sind mir so meine ersten Schritte auch richtig, obwohl heute sind die mir nicht unangenehm, aber anfangs waren die mir so unangenehm. Und auch, ich habe letztens noch mal kurz in den Podcast reingehört, so die erste Folge, hey, das ist schon ein ganz, ganz anderer, das ist schon eine ganz, ganz andere Energie, das ist schon ein ganz anderer, ein ganz anderer Entwicklungsschritt. Und schön zu sehen, rückblickend, wie sich alles verändert hat und wie sich das alles entwickelt hat in kürzester Zeit. Nur das hätte sich niemals so entwickelt, wenn ich nicht irgendwann den ersten Schritt gegangen wäre und mir nicht auch die Hilfe geholt hätte beim ersten Schritt. Ja, ihr wisst das von mir, ich habe mir zu Beginn ein 10.000 Euro Coaching tatsächlich auch geholt, habe mir, habe investiert in mich, in meine ersten Schritte und das ist das Beste, das mir jemals hätte passieren können. Also von daher hätte ich diesen unperfekten Schritt damals mit dem Podcast, mit der ersten Podcast-Folge, mit einem richtig peinlichen Podcast-Cover, hätte ich den nicht gemacht, dann wäre ich heute nicht hier. Dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, dann wäre die Startup-Schule nicht an dem Punkt und dann hätten wir nicht diesen Erfolg mit unseren Coachings, mit unserem Programm bei den Menschen da draußen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, das ist für mich so der erste Punkt, den ich mitgeben möchte. Perfektionismus macht gar keinen Sinn. Perfektionismus macht auch keinen Sinn, weil wir gar nicht perfekt sein können. Ja, wir sind doch alles Wesen, Menschen, alles auf dieser Welt, alle Lebewesen, unterliegen der Evolution, alles entwickelt sich irgendwie weiter und da ist nichts perfekt. Perfektionismus bedeutet Stagnation und das gibt es in der Natur nicht. Also es wird immer irgendwas nicht ganz perfekt sein. Und auch nochmal ganz kurz dazu, die Menschen da draußen sind so unterschiedlich. Wir können gar nicht für jeden perfekt sein. Was ist Perfektionismus denn eigentlich? Das ist doch nur die Angst davor, nicht genug zu sein. Und wir können gar nicht genug sein für jeden da draußen. Doch für genau die richtigen Menschen, die dein Produkt, deine Dienstleistung haben möchten, wirst du perfekt sein. Und wichtig ist auch da nochmal der Punkt, es ist ab einem gewissen Punkt in deiner Entwicklung auch einfach deine Pflicht rauszugehen. Wenn du sagst, hey, ich habe ein geiles Produkt, ich habe eine supergeile Dienstleistung oder eine Idee in dem Fall, wenn du noch ganz am Anfang stehst, ich habe eine Idee und ich weiß, dass diese Idee, wenn ich die auf die Straße bringe, dass die ganz, ganz vielen Menschen helfen wird, dann ist es schon fast deine Verpflichtung, damit rauszugehen. Auch unperfekt damit rauszugehen. Nimm da ruhig mal den Druck raus und überleg dir und hör auf, dich zu vergleichen mit denjenigen wie Steve Jobs oder hör auf, dich mit mir zu vergleichen, weil ich jetzt an einem ganz, ganz anderen Punkt stehe, aber ich stand auch an dem Punkt, an dem du vielleicht jetzt gerade stehst. Und da auch noch zu sagen, hey, wenn ich das geschafft habe und unperfekt rausgegangen bin, dann schaffst du das auch. Und da auch zu sagen, nicht vergleichen, sondern einfach machen. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist das normal und dann ist es in Ordnung. Ja, und du kannst auch, das sage ich auch immer, um den Druck rauszunehmen, einfach auch die Menschen mitnehmen auf deiner Reise, den Menschen auch einfach sagen, hey, ich starte das Ganze jetzt als kleinen Versuch und mich würde super interessieren, wenn das Thema für euch spannend ist. Ich sage mal, du machst einen Podcast, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja mit dem Podcast gestartet, dass du sagst, hey, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, die ersten Schritte und sag da frei raus, dass es noch nicht perfekt ist. Vollkommen in Ordnung. Ja, also ich bin auch kein Fan von diesem, ich mag ja diesen Ansatz so tun als ob, ja, also sich wirklich in die Energie rein zu begeben, schon da zu sein, wo du noch hin möchtest, aber dieses fake it till you make it, du musst nicht vorgeben, perfekt zu sein. Nimmt dir sowieso keiner ab, gerade wenn du gestartet bist, ja. Ich habe jetzt letztens mit einer Bekannten gesprochen, die sagte, ja, ich mache halt Social Media Management und mache Social Media Content und berate da Menschen, aber ich habe halt selber auf Social Media nicht so eine Riesenreichweite. Ja, aber du hast dich wahrscheinlich sehr, sehr krass eingelesen und hast halt selber wahrscheinlich Tipps, die andere nicht haben und deine Reichweite, das kommt automatisch. Also fang halt an und gib Content raus und all das, dein Proof of Concept, der entsteht, also Proof of Concept, falls du das Wort noch nicht kennst, ist es so dieser, dass der Beweis dafür, dass dein Konzept funktioniert, dass du den Mehrwert auch wirklich lieferst, der kommt automatisch, ja. Also ganz wichtig. Startup Schule Hey, hey, nach einem kurzen Einschub, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, den du dir vielleicht auch anhören magst, geht es gleich weiter mit dieser Folge für dich. Du hast es vielleicht gerade schon mitbekommen, wir öffnen nochmal die Türen zu unserer Startup Class. Du kannst dich jetzt bewerben, wenn du sagst, du möchtest dieses Jahr mit deinem Business durchstarten, von einer Idee im Kopf hin zu einem tragfähigen Geschäftsmodell, ersten Kunden und Sichtbarkeit, dann bist du genau richtig in unserer Startup Class, dem 12-Wochen-Mentoring-Programm. Bewirb dich ganz einfach unter oder einfach schau in die Shownotes, dort in die Beschreibung dieser Folge und dort findest du dann auch den Link noch einmal, falls dir das jetzt zu schnell ging. Startup Schule Das ist der zweite Punkt, also neben dem ersten Punkt, dass du irgendwann einfach Startes aufhörst, dich zu vergleichen und die Menschen mitnehmen kannst auf deiner Reise, ist der zweite Punkt, und das sage ich auch immer wieder, dich mal irgendwie raus zu zoomen, mal zu gucken, guck mal, ich bin jetzt gerade hier in München und ich zoome mal raus, dann sehe ich Deutschland, dann sehe ich Europa, dann sehe ich irgendwie die ganze Welt und dann bin ich im Weltall und guck mal, wie klein du dann bist. Eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses ganz, ganz großen Kosmos und deswegen gehe ich auch so gerne auf Hochhäuser, das erzähle ich auch immer schon immer gerne, so diesen Hack von mir, dich auf ein Hochhaus zu stellen, einfach mal runterzuschauen und dir zu überlegen, guck mal, wie groß diese Welt ist, wie viele Menschen gibt es da draußen und die meisten Menschen sind doch in ihrem eigenen System und denken nur über sich nach. Sag ich auch immer wieder, die meisten Menschen sind kurz bei dir, denken sich so, okay, was macht sie jetzt da oder was macht er da und sind dann wieder bei sich und ihren eigenen Problemen. Also auch da, es wird wahrscheinlich nicht mehr jemandem auffallen, dass du nicht perfekt bist. Wahrscheinlich ist bei mir oder in meinem Fall im Podcast ist keinem aufgefallen, dass ich nicht perfekt war. Es hatte ja auch, das kommt auch nochmal dazu, auch keiner, es war free Content, es hat keiner dafür bezahlt, also es ist auch völlig in Ordnung, können die Menschen ja auch gar keine Ansprüche haben. und dein Gesicht zu verlieren, das ist wirklich nur so diese Angst vor der Angst. Mach es einmal, bitte, vielleicht machst du das jetzt nach dieser Folge, wirklich diesen einen ersten Schritt, dass du irgendwie sagst, hey, ich habe das und das vor, hast du Interesse daran. Mach eine Insta-Story oder was auch immer. Interagiere mit den Menschen. Und wenn du es einmal gemacht hast, ich verspreche dir, es wird sich total gut anfühlen. Du wirst merken, dass du wieder nur eine Angst hattest vor der Angst. Also du machst Dinge nicht, weil du Angst hast, dass du dann die Angst bekommst und dieses komische Gefühl. Ja, aber geh einmal durch die Angst und da wartet das nächste Level auf dich. Das ist wirklich warm. Also vielleicht nimmst du diese Folge jetzt einfach mal und denkst dir, hey, die Natalie war nicht perfekt, wahrscheinlich war ein Steve Jobs auch nicht perfekt und wahrscheinlich war auch, keine Ahnung, wer nicht perfekt, dann muss ich auch nicht perfekt starten. Ja, und wenn du trotzdem merkst, oh, ich will alles gut machen und schön machen, dann lass dir von mir noch einmal gesagt sein, es hat keinen Sinn. Also hinterher, das lerne ich jetzt auch gerade wieder, ich mache eine Challenge von Russell Brunson zum Thema Funnelaufbau und da wird mir gerade auch wieder so bewusst, es kommt nicht auf dieses Ganze drumherum an, wie das alles gestaltet ist. Ja, das ist ein kleiner Teil und ich finde den Rahmen auch sehr wichtig, aber letztlich ist doch das, was du in dir trägst, wovon du weißt, ja, das möchte ich auf die Straße bringen. Ich weiß, dass ich da auf einer Treppe stehe, wo ich eine Treppenstufe über der Person stehe und mich umdrehen kann, ihr die Hand reichen kann, dann darf das raus, ja, und dann ist das wichtig, dass du diesen, das sind oftmals sehr, ist natürlich am Anfang viel Content und hinterher Transformation, wenn du ein eigenes Programm oder ähnliches oder wenn du ein Produkt kreierst, ja, dass das auch wirklich den Mehrwert schafft, aber jetzt gerade am Anfang, wenn du mit Content rausgehst zum Beispiel, da ist es nicht wichtig, wie die, dass die Tonqualität noch so gut ist und dass du auf gar keinen Fall einen Äh oder einen Versprecher oder irgendwas drin hast, glaub mir das einfach, ja, und ich merke das immer wieder, dass wenn du einfach Wissen hast und weißt, wie du Menschen zu einer Transformation bringen kannst, wie du Menschen Mehrwert schaffst, wenn du jetzt ein physisches Produkt hast oder eben ein nicht physisches Produkt, das ist ganz egal, Hauptsache, dass du verstehst, du stehst wirklich an dem, an dem, der deine Kundschaft, deine Zielkunden, deine Traumkunden stehen am Punkt A und möchten zu Punkt B. Genau wie ich das mit der Startup-Class habe, ich weiß, dass das Ding funktioniert, ich weiß, dass das Programm richtig gute Resultate hat, wenn die Personen mitziehen, wenn die am Anfang eine Idee haben oder sagen, hey, ich brenne dafür was und am Ende erste Zahlende Kunden haben, das ist für mich klar. Ich weiß, dass das funktioniert, das ist ein bewährtes System, was auf alles zu beziehen ist, ja, und deswegen weiß ich auch da, wenn da mal ein Video irgendwie ein kleiner Versprecher drin ist in den Online-Modulen, ja, mein Gott, dann ist das so. Das wird nicht das Resultat schmälern, was die Menschen durch meine Arbeit haben. Ganz wichtig. Und das mit dem Rauszoomen, macht das wirklich mal. Ich finde das so schön, das ist so, ich sage das auch immer wieder, ich meine, das ist von Kurt Marti, ich bin nicht ganz sicher, aber diese Wohltun, zu wissen, was für ein kleiner Punkt wir hier in diesem ganzen Kosmos sind. Wir sind doch eigentlich schon was bedeutungslos. Und dann, warum maße ich es mir eigentlich an, zu sagen, oh mein Gott, was denken die anderen über mich? Ja, und auch nochmal zu gucken, ich wiederhole jetzt wahrscheinlich so ein paar Passagen, aber ich finde das ganz cool, so zusammengefasst, was auch John Strzelecki in der Podcast-Folge gesagt hat, das rechte dir immer auf, wie viele Lebtage du noch hast. Ja, und wieso nehme ich mir jetzt eigentlich raus, noch ein paar Tage verstreichen zu lassen, um endlich zu starten? Also bloß nicht perfekt rausgehen, lass den Perfektionismus los, jetzt loslassen. Genau. So, und dann möchte ich noch eine weitere, einen weiteren Punkt mit dir teilen. Menschen lieben andere authentische Menschen. Und authentisch ist für mich, auch Dinge nicht perfekt zu machen. Ja, also ich gebe, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mein Bestmögliches gebe. Das ist auch mein Anspruch, immer zu sagen, hey, ich gebe meine 100%, ich gebe mein Bestmögliches in einem gewissen Rahmen, ohne, das ist ein ganz schmaler Grad, ohne zu lange zu warten. Start before you're ready, aber gib da dein Bestes. Und Menschen lieben das, wenn sie merken, hey, ich kann mich mit der Person identifizieren, die ist zwar Business Coach, die macht sechsstellig, oder sogar ist auf dem Weg, siebenstellig zu werden, aber trotzdem kann ich mich mit ihr verbinden und kann mich mit ihr identifizieren. Sie macht trotzdem noch Fehler. Und ich sehe das auch, ich sehe das auch bei meinen Mentoren, da sind, was heißt Fehler, ja, aber da sind auch Patzer drin. Und das ist total egal, Hauptsache ich habe den Mehrwert von ihren Dienstleistungen. Und was ich auch sehr schön finde, ich weiß, ich würde mich mega freuen, wenn du mir auch einfach mal schreibst, wenn du den Podcast schon länger hörst oder vielleicht auch sagst, ihr seid bei welcher Folge ungefähr. Das heißt ja, dass ich dich auch irgendwie auf meine Reise mitgenommen habe und du wirst auch merken, dass sich da einfach viel getan hat. Und das ist ein Ansporn für dich, auch zu sagen, hey, lass doch den Dominostein den ersten Mal anschießen oder anstoßen und dann werden die anderen Dominosteine auch fallen, auch bei dir, weil das bringt halt etwas in Gang und du verwehrst nicht nur der Welt da draußen etwas, sondern auch dir selber, deine eigenen Entwicklungen. Wenn du nicht den ersten Schritt machst aus der Komfortzone in die richtige Richtung, dann wirst auch du deine Entwicklung aufhalten und ich kann dir nur sagen, Unternehmertum, die unternehmerische Reise, it's the magic one, it's the right und it's wahrscheinlich auch sehr overwhelming und manchmal auch herausfordernd und dennoch ist es das Beste, was mir passieren konnte. Ich wachse jeden Tag und wenn du jetzt hier bist, was ich annehme, dass ich Menschen anziehe, wo der Wert, einer der obersten Werte ist, persönliches Wachstum, kann ich dir nur sagen, dass das genau die richtige Reise ist. Mach dich auf, auf die Reise und ich freue mich, wenn du meine Reise weiter begleitest. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich deine Reise auch begleiten darf. Also mein Team und ich, wir geben da wirklich immer alles. Wir sind nicht irgendein 0815 Programm, sondern wir haben eine kleine Gruppe in der Startup-Klasse und wir wollen die Menschen da wirklich pushen und in ein erfolgreiches Business bringen. Also, ich halte die Folgen übrigens immer recht kurz, weil ich der Meinung bin, dass es da draußen viel zu viel Blabla gibt und viel zu viel drumherum gerede. Ich mache lieber wirklich klaren Talk und alles kurz und knackig, sodass du wirklich bestmöglich alles mitnehmen kannst und vor allen Dingen auch nicht nur dir Wissen aneignen, sondern eben auch in eine Transformation gehst. Also mein Wunsch ist, und ich bin mir sicher, dass das passieren wird, dass du hier rausgehst und erkennst, ja, Perfektionismus, ade, ich habe keinen Bock mehr, dass dieser Perfektionismus mich wie ein Terrabant zurückhält. Ich gehe jetzt los und bringe mein Ding, mein Business auf die Straße. So, nochmal die Top 3 Punkte, die du mitnehmen kannst. Zum einen, es gibt kein Perfekt. Alles in dieser Welt ist in Bewegung, ist dynamisch, es entwickelt sich weiter, es gibt nichts, was perfekt ist. Punkt Nummer 2, ja, nicht mehr vergleichen mit anderen, die schon viel, viel weiter sind und die immer sagen, die haben auch klein angefangen. Und der dritte Punkt, bade in dieser wohltuenden Bedeutungslosigkeit. Du bist ein kleiner Punkt und das ist deine Aufgabe, hier Mehrwert zu schaffen auf dieser Welt und deine eigene Entwicklung voranzutreiben. Und deswegen, geh den ersten Schritt, das wird eine Wahnsinnsreise. So, das war der letzte Punkt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das jetzt hörst oder einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht und sende dir ganz viel Grüße und ganz, ganz viel Motivation. Let's do it. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Lass uns die Nacht Bis zum nächsten Mal.